Yo Leute, was geht ab? Morgen hier am Start und wir spielen gerade ein bisschen Terraria. Der eine oder andere kennt das, ist ein sehr sehr alter Spiel, obwohl so alt ist es auch nicht. Aber sehr sehr cool. Ist ein bisschen Pixelshow und wir werden gerade von Piraten invasiert. Ja, das sieht aus. Wir müssen ein kleines Event bestreiten, ganz viele Piraten töten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sterben, so wie gerade was passiert ist. Wir spielen Summoner. Summoner ist ja im Early sehr sehr weak, sehr sehr schwach. Na ja, darum soll es aber heute nicht gehen. Und zwar, worum es heute gehen soll. Ich habe mal ein paar Themen überlegt. Ein Thema, was mich gerade mega stört, ist das. Viel ist es nicht, aber ich habe es letztens wieder unter einem YouTube-Kommentar gelesen. Ark, Ark, Ark. Immer nur Ark. Langsam geht mir das auf den Sack. Wieso ist Ark eigentlich so gehasst? Ark ist ein extrem geiles Game. Ich finde, Ark ist ein super geiles Game. Ich weiß nicht, wieso sich die Leute beschweren, dass Ark-Videos bringen. Ich meine, ich kann auch gar keine Videos bringen. Aber ich mache halt das, worauf ich Lust habe. Wozu ich auch die Zeit habe. Natürlich würde ich gerne mehr machen. Ich würde sie zum Beispiel gerne wieder machen. Aber bei sie macht mir einfach keinen Spaß mehr. Wir haben es ja letztes Mal im Stream angespielt. Das war dieses Wochenende. Das macht mir keinen Spaß. Und ich finde, wenn ich ein Video mache oder schneide oder spiele, wenn ich ein Spiel spielen würde, selbst in Live-Film oder auch ein Video, man würde es merken, wenn es keinen Spaß macht. Und andere Sachen. Ich weiß nicht, zur Zeit, wie gesagt, also. Ark ist das, dass wir zur Zeit mega viel suchten. Und daher habe ich da auch sehr viel Content, was ich bieten könnte. Wenn es nicht jedem gefällt, dann tut es mir leid. Sonst kann ich auch andere Sachen versuchen. Also wie gesagt, heute kommt Terraria. Ist auch ein Einzelfall. Ich glaube nicht, dass nochmal irgendwann ein anderes Video kommt. Oh mein Gott, das ist gerade ein bisschen am laggen. Das Spiel hat einfach eine zu hohe Grafik. Aber wo ich lieber auch reden wollte, ist Phantom Lord. CSGO Streamer oder X-Streamer, wer weiß. Ihr kennt den alle. Hat jetzt einen ordentlichen Bann kassiert. Die Frage ist, ist es ein Permabann oder nicht. Und zwar gibt es mal ein Video. Ich weiß nicht von dem, der das gemacht hat. Irgendwie Ravy, Levi, Chewis oder sowas. Ich kann das mal verlinken in den Kommentaren. Erstes Video. Der hat, ja, es gibt so ein, ja, wie soll man sagen, so ein kleines Video, wo der gebastet wird. Wo er richtig gebastet wird. Da gibt es anscheinend irgendwelche, oder es gibt eine Konversation zwischen ihm und der Seite CSGO Schraffel. Zwischen dem Owner der Seite. Wo es aber doch herausgeht, dass er eigentlich Teil mit Owner ist. Läuft auch, soweit ich weiß, unter seinem selben Haus und alles mögliche. Und er hat Sachen abgezogen. Ich meine, okay, es ist ja kein Verbrechen, wenn man eine Gambling-Seite besitzt. Dann gab es ja vor kurzem diese Fälle mit Obstai Syndicate, Joshua G und so, allen möglichen. Joshua G und wie die heißen, dass die Werbung für ihre eigene Seite gemacht haben, aber indirekte Werbung. Das heißt also, sie haben gesagt, ja gut, wir haben irgendeine zufällige Seite gefunden und die ist mega cool. Und wir machen hier 10.000 Dollar in 10 Minuten und sowas alles. Haben aber verschwindet, dass das ihre Seite ist. Mehr habe ich mich da auch nicht drum gekümmert. Ich weiß da jetzt nicht, ob da derselbe Fall auftritt wie bei Phantom Lord. Phantom Lord ist, soweit ich das mitbekommen habe, auch Teil Owner oder Mit-Owner oder dem, ich weiß nicht, ob der Owner ist. Spielt auch hier wenig Rolle. Denn, was Phantom Lord gemacht hat, der hat sich mit dem, was laut dem Gespräch, dieser Sky-Confidenz, was da, sag ich mal, rausgeht, ist, der hat sich mit dem Owner in Gesprächen zusammengetan und hat immer die, also die Ticketnummer gefragt. Für die Leute, die nicht gambeln, die Ticketnummer ist sozusagen das Los, was gezogen wird. Das heißt also, würde man das mit Lotto vergleichen, hätte der die Lottozahlen vorher gesagt bekommen und konnte so seinen Gewinn fast optimieren. Also, er hat eigentlich kaum die Chance gehabt zu verlieren. Und das ist schon richtig greifend. Der hat das auch hardcore durchgezogen, hat dann auch gesagt, so, yo, ich gewinne gerade ein bisschen zu oft, gib mir mal die Low-Sachen. So was kann natürlich alles gefaked sein, aber das kam schon sehr glaubwürdig drüber. Und dann hat, ähm, gab's auch, also das war so eine ganze Ansammlung, der hat eine ganze Ansammlung über Phantom Lord gemacht. Das ist jemand, der bastelt gerne Leute. Also, der hat auch zum Beispiel damals die ganzen Leute gebastelt, diese ESL-Pro-Gamer, die auf sich selber gewettet haben, die dann gebannt wurden. Also, er ist schon jemand, dem man Glauben schenken kann. Die Gespräche sind, ähm, sehen auch alle sehr glaubwürdig aus. Also, sind, er sagt selber, sind über 4000 Nachrichten, die die noch selber übersetzen müssen, weil das teils so französisch ist und, und, und. Ähm, der hat ja mal die interessantesten rausgesucht mit Datum-Anzeige und alles mögliche. Also, die Skype-Gespräche haben ja immer eine Datum-Anzeige. Das heißt also, auch wer zum Beispiel da während der Zeit auf CSQ-Shuffle gegen Phantom Lord gespielt hat, oder, 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 kann bestimmt die Seite anzeigen oder halt, ähm, einen Refund verlangen, oder, oder, oder. Weil das geht auf jeden Fall nicht mit rechten Dingen zu. Das muss geändert werden. Ja, und, ähm, haben wir jetzt den Besiegt-Näder-Pirat-Bedien? Doch, wir haben das Pirat nicht, glaube ich, besiegt. Wenn ich Glück habe, bekomme ich hier eine neue Waffe, dann kann ich Piraten beschwören. Das wäre super strong. Das ist das, auf was ich hoffe. Weil das mechanische Auge schaffen wir noch nicht. Das ist uns ein bisschen zu stark. Wir haben das letzte Mal auch im Live-Zoom gespielt. Wir spielen nachts so ziemlich viele Trash-Games, wie zum Beispiel Terraria, League of Legends, und, und, und. Ziemlich lustig. Ist immer lustig. Kingen auch immer Tipps und so. Also, ähm, dadurch, dass Phantom Lord sich, äh, die Tickets vorher sagen lassen hat, ist es ja schon, ah, es ist ja sowieso jetzt. Inzwischen ist Gamble laut Steam ein illegales Glücksspiel. Aber jetzt kommt noch dazu, dass er das Glücksspiel manipuliert hat. Das ist ja Manipulationen von Glücksspiel. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr stark. Das ist also, das ist schon ein Verbrechen. Ähm, ich weiß nicht, ob es deswegen war, dass ich hier in Tiefahrt, Twitch, oder, den jetzt gebannt. Ich weiß nicht, ob es ein Permabann ist, oder ob es nur ein kleiner Zeitbann ist. Muss man mal gucken, was die Zeit ergibt. Gibt auch noch kein Statement von beiden Seiten aus. Bin gespannt. Also, da, da eignet sich einiges. Da eignet, also, da wird noch einiges auf ihn zukommen. Ei, wir sterben, ey, wir sterben zu oft. Ist schwer, wir sind hier im Hard-Mode. Das heißt, also, wir haben die, für die, die da jetzt alle spielen, wir haben die Wall of Flasher, wie die heißt, besiegt. Das heißt, unten die Wand sind, in den Hard-Mode gekommen haben, bis wir den Wurm getötet. Das heißt, also, mein Maid, The Maze, der mitspielt, der hat jetzt sein, ähm, der hat seine, seine Waffe bekommen. Maxi-Shark, der spielt auf Distanz-Kampf. Ich spiele auf Summoner. Wollte ich mal testen. Na, wo ist das hin? Oh, das besiegt. Piraten-Mond besiegt. Okay, Piraten-Mond besiegt. Ja, leider wahrscheinlich kein Piraten-Stab gedroppt, so wie es aussieht. Schade. Nehmen wir noch ein Item. Culturing. Alles aufsammeln, was wir finden. Vielleicht finden wir doch noch was. Ich gehe noch mal überall einmal was durch. Seht ihr noch was? Ich sehe gerade nichts. Naja, Leute. Mal gucken. Update zu Phantom Lord. Vielleicht im nächsten Video. War cool, war cool. Peace out. Bis zum nächsten Trash-Game. Oder vielleicht auch was anderem. Vielleicht schon wieder Ark. Oh, nee, schon wieder Ark. Die ganze Zeit Ark, Ark. Ich kann Ark nicht mehr sehen. Uuuuuh.